Wohin die Weltwirtschaft uns führt, ist ein offenes Geheimnis. Wir haben jetzt die Temperatur-Range des Holocene verlassen. Im Jahr 2050 werden ein paar Billionen Menschen, die kein Wasser haben. Statt etwas zu machen, haben die Staaten zugesehen, wie die Erde zerstört wird. Fundamentally the task of advanced capitalist states, or any capitalist states for that matter, is to grease the wheels of capital accumulation. We're accelerating in the wrong direction. Aber der Wille zur Veränderung überall auf der Welt wird immer größer. Klima-Demo für Klima-Demo und Aufstand für Aufstand. Aber bis heute haben weder die Aufstände noch die globale Klimabewegung es geschafft, einen Kurswechsel herbeizuführen. Warum? In diesem Film hören wir Wissenschaftlerinnen, Klima-Aktivistinnen und Gewerkschaftsaktivistinnen zu, um zu verstehen, wie können wir die Dinge wirklich ändern. Dieser Film bebildert, wie ein Systemwandel aussehen könnte. Denn wir müssen die Zeiten hinter uns lassen, in denen es einfacher war, sich das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Ich glaube, die Zeit war gar nicht. Ich glaube, die Zeit war gar nicht. Ich glaube, die Zeit war gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Deswegen starten Sie das Ende der Welt.